Im Feld stehen für jede RPG Super zu treffen, wenn der Rückzug an den Mauern oder Vorrücken kommt. Nur wenn er auf dich steht. Hier einverstanden. Das ist meine 5 Dollar. Das ist dein Gäschig. Wiesel, weg mal euren Hambi hier weg. Ja. Paul! Ja. Komm wir fahren mal ein bisschen zurück. Bewegt mal dein Hambi irgendwo anders. Äh. Ihr macht es nicht mehr. Jetzt ist okay. Ja, bewegt ihr Hambi. Schlag mal nach rechts ein und fahr zurück. Andere rechts. Fahr mal nach rechts in die Straße und dann drehst du jetzt nach links. Hier links willst du? Ja, das wollen wir uns wieder hinter die Stellen, aber eben Vorsicht direkt drauf. Oh scheiße. 1, 1, 3 ist hier keiner verwundet. Ja, weil du nur mit einer Gäschig hast. Das sehe ich doch. So verstanden. Das ist natürlich nicht so. Ja, so ist cool. Komm wieder raus. Wo ist links? Nied für zwei kommen. Wiederhol. Nied für zwei kommen. Hört. Er hat zwei Erlaubnis, äh, 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 seit, äh, vorzuholen. Zugfuß. Einheit, hört. Schlag ist vorbei. Ach, ich hoffe, ich muss mal... Stab, wir haben keinen Feinkontakt mehr in Sicht, haben aber noch sporadisch, äh, Beschuss gehört. Das machen die schon, diese Schüsswürdingen da vorne. Verstanden, wie Sie mit dem, äh, äh, Auftrag aus, den Sie bekommen hatten, komm. Zielgebiet ist soweit. Feind frei, konnten ein Feind bekämpfen, Rest nicht einsehbar, komplex, aber gesichert. Da muss ich hier tierisch aufpassen muss, dass ich auch was erkenne auf der Entfernung. Wie sieht's aus? Nein, 1, 3 hier 9, 1, 7, komm. Da sind nicht der Augenhöhe, die kam nach rohen. Marv? Ja, anders tun. Ja, drüben. Ja. Nein, 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 3 hören. Wie sieht's aus, kommt ihr klar mit den Kontakten im Osten? Möglicherweise könnten wir sogar einen CRS-Einsatz anfordern, komm. Ja, aktuell ist noch die Aufklärung zu unklar. Wir kommen soweit zurecht, brauchen derzeit kein Cast. Danke. Bestanden, Ende. Oh, nee, hoch zurück. Oh, nee, bestanden, cool, ein Beweh, komm, Beweh, komm! Weiter, 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 weiter! Weiter, weiter, weiter! Zieh weiter. Okay, okay, wir fahren links rein, links rein. Lee, wie lange werden sollen wir vorrücken? Wir drücken vor bis Tankstelle dort, äh, Position halten. Geht, hier zwei, wir halten hier die Position. So, verstanden. Oh, 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 oh. Ich hoffe, das ist auch noch ganz weit drüben. Waren im Süden nicht Freundkräfte? Eigentlich, ja. Ich hab mal, äh, Max, Max, vielleicht nicht so. Sonst ist es nicht Freundkräfte. Neid 1,7 hier, Neid 1,3, Frage. Waren südlich von dem freien Feld nicht eigentlich Freundkräfte, kommen? Negativ südlich von, äh, dem Feld sollten sich derzeit keine freundlichen Kräfte mehr befinden, komm. Verstanden, bekommen Beschuss vermutlich aus südlicher Richtung rein. Verstanden, äh, wenn, haben sie weiterhin Kontakte aus dem Ostensfall gekommen? Negativ zurzeit keine Kontakte aus Osten, vermutlich haben die nach Süd verlegt, ähm, wir kommen schon zurecht, danke. Also, ich hör zwar, war doch egal. Kann ich jetzt drüben? Neid 1,1, Neid 1, Team, komm. Da, Kontakt, ähm, Severs Richtung, 1,3,5 Grad. Der feuert, 1,3,5. Ja. Genau, höher. Links davon. Ich hab ihn selbst noch nicht ausgemacht. Da sind diese, ähm, links bei den Palmen, wo die Häuser wieder flacher werden. Bei dem roten Fass, meinst du? Genau da, genau dort. 500 Meter, haha. Hab ich den HE-Kummel dabei. So Männer, wie sieht's aus jetzt hier? Äh, Feinkontakt auf. Ja. Weiter aktiv, genau. Muss nachleihen. Zack. So, und wo fallen die anderen hin? 2,1,3. Okay. Status. Grün, eröffnen Feuer, Richtung 125. Wiederhole, eröffnen Speerfeuer, Richtung 125. 20. So verstanden. Ähm, du packst dich mal... Oh, oh, shit. Das kam irgendwie Richtung 120, nein. Keine mischt. Mach Vorsicht. Mach Vorsicht. Da, die, die kommen, das ist freie Feld, Richtung 121 Grad. Ach nein, 1,2,1,1,7. Kommen. Ja, ich seh sie. Da fallen sich ums Richtung, sich ums Richtung wohin? Oh, sie sind los. Oh, sie sind los. Oh, sie sind los, ich bin los. Oh, sie sind los. Hande, hande, die, die... Ich habe keine Ersatzmagazine eingepackt, ich Idiot. Ich habe die nicht im Kofferraum. Wir sehen wohl noch welche finden können. Okay, warte mal, haben die vielleicht? Oh nein, haben sie natürlich nicht. Da habe ich nur Smoke-Renades vorbei. Ja, ich habe welche hier im Rucksack. Ich kann ja welche im Rucksack legen. Ich kann ja welche im Rucksack legen. Hast du für einen Rucksack? Was? Nein, HEDP habe ich nicht. Das ist die Lieblingsdicht. Achso. Bestanden haben Sie sich, ich würde vorschlagen, dass Sie Ihren Medic, der sich hier an dieser Stelle befindet, zu sich ziehen lassen. Komm, HEDP führt zwei, komm. Die Turn. Negativ haben wir schon mit derzeitigen Position gehabt. Wir sind schon neben, haben wir uns vorhin eins. So verstanden, komm. Also, Mav, was denkst du, sollen wir weiter in... Mav, was ist jetzt unser Plan? Ja, das wollte ich auch gerade fragen, wollen wir weiter in die Richtung vorrücken, weil ich denke mal den Korridor Richtung Norden können wir so weit halten. Ich meine, wir müssen hier ein bisschen weg... Ja. Wir werden hier rücken jetzt weiter vor bis... Bis die Hauptschasse endet und fanden rechts und fanden einmal um das Feldnummer herum. Ja, mach sonst, such dir irgendwie eine Straße. Mach dich erstmal lang. Koordinier dich jetzt mal neu, weil jetzt ist jetzt irgendwie unkoordiniert und wir werden nur von allen Richtungen geschossen. Und wir werden nur von allen Richtungen geschossen. Wenn wir irgendwie im Vorwurf, wo wir uns breit machen können, dann muss ich das mal halten. Dann mach dir noch einen guten Vorwurf. Weil jetzt funktioniert das ja grad gar nicht. Du siehst ja, wir werden hier von allen Richtungen geschossen. Unsere Männer sind aufgespültelt wie kein zweiter. Wir brauchen irgendwie mal eine feste Koordination wieder. Also such dir irgendwo eine Straße, mach dich da breit. Die halten wir so lange, bis du einen guten Plan hast. Und dann ziehen wir den durch. Ich bin wieder bei meinen Jungs, als das ist. Diese, hast du einen Plan? Ich hätte jetzt Plan gesagt... 9-1-3 hier in 9-1-7 kommt. ...an der breiten Front auf die Ghettos dazu. Und versuchen dort zu säubern. Ähm, müssen wir so weit. Moment, warte mal. Wenn da noch Freikontakt ist, dann würde ich sagen ja. Hier, 9-1-3, hören. Ja, ich weiß nicht, wir können auch gleich mal nachfragen, ob das säubern soll. Ich frag mal, ja. Ich frag auch mal nach Luftaufklärung. Ja, wir haben die soweit bedrängt. Oh, ganz kurz. Frage, sollen wir also grundsätzlich dorthin weiter vorstoßen und versuchen das komplett zu säubern oder uns zurückziehen und nur den Kräuter Richtung Norden freihalten bekommen? An negativen, weichen sie wieder auf die, äh, ALT-Position zurück. Team 1 könnte ihre Unterstützung gebrauchen kommen. Ja, verstanden, ich denke, das können wir tun. Ich werde beraten und mich zurückmelden. Wait. Mav? Ja? Die sagen, wir sollen zurück, äh, den Korridor Richtung Norden sichern und Team 1 unterstützen. Können wir das tun? Das wird uns einfach zurückziehen. Leute, der Angriff ist schwer beschossen. Habt ihr eine Richtung? Wahrscheinlich aus Norden. Eins, also auf eins. Komm ins Norden. Eins, also auf zwei, hier eins, drei. Wir ziehen uns wieder zurück auf unsere alte Position und halten die Korridor Richtung Norden und werden uns so zusammen. So ausführen. Schnell zurückziehen, also komplett aufsetzen. Da war ein einzelner Schütze im Norden, äh, der ist den Intruss durchgeheißen. Jetzt war es dabei. Wir haben gerade freitischen Schützen ausgeschaltet und überdrückt. Jetzt ziehen wir uns dabei. Lied für eins, komm. Lied für eins, komm. Wir sind hinten frei. Halt rum. Wir sitzen. Lied für eins, komm. 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 So, verstanden, gott. Oh, du wirst doch. Hier noch nicht verbinden. Nein, 1-3 Ende. Mit dem Schützen, gut, Mighty? Der ist gerade an der Veränderung. Ich übernehme das im G. Ähm, alte Position war die Kreuzung vorne und du bist ja auch hier. Alte Position, Kreuzung, wo wir vorhin sind. Wer braucht den Medic? Sollen wir bereits aufmachen, oder noch weiter? Ja. Der Medic ist hier. Werdeck? Blütt schon mal ab, wir nehmen dann euren Schützen mit. Da hinten? Ja, so verstanden. So, die laufen jetzt da rüber. Dann folgen wir mit den Fahrzeugen, umgehen die Straßensperre. Geben denen Deckung. Richtig. Bewegung halb links, rechts von der roten Halle. Ist unsere. Eingländer. Eingländer. Das sind Eingländer. Das sind die, die wir decken sollen. Glauben die denn jetzt so? Glauben die denn jetzt so übers Feld? Tja, weil so glauben, dass wir sie decken. Ja, meier. Hier sind die, die verlaufen vor uns? Ja, die laufen noch vor uns. Vor uns ist die Straßensperre. Es kann ja sein, dass die in der Parallelstraße da. Achso. Die, die umlaufen jetzt die Straßensperre. Du kannst mit deinen Hammys nachziehen. Genau. Wir fahren ihn einfach nach, wo sie hinlaufen. Es auf eins. Nachrücken auf die Infanterie. Okay, das werden sie ran an uns an. Hell, go. Jetzt oben. Wenn sie sich die Panzer hier immer noch an der Lager hat. Negativ. Rechts von ihrer Position. Nähe. Gebäude. Hey, Jumper. Ja, ich bin dran. Fahr da. Ich bin dran. WTF?! die anderen laufen doch erst vorbei weil die anderen müssen erst die gebäude sichern bevor ihr vordrücken können 1 auf 2 wir werden mit die infanterie mit etwa einem abstand von 100 metern hinterher fahren steck auf maus so was hat mir vor dem taxi geblieben was ist denn da hinter mir? ne diesel ist noch drin nicht wundern dass ich so betrunken bin und das ist eigentlich nicht standard das ist gerade einfach weil ein kumpel mit da ist und was macht der? du musst hier wahrscheinlich gerade kurz schreien hören ja habe ich und 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 zockt gerade neben mir allen wake und wir trinken lief ein also ah man muss doch hier mit dabei sein ja ich bin hier voll mit dabei nein er muss mit dabei sein sie wollen dass wir uns weit von den fernhalten dass ja auch gar kein infanterist in den häusern sich noch zwischen uns befindet alles klar also kann ich nur noch mit der speichung kommen ich muss einen Kaffee machen negativ 100 Meter werden einbehalten ja so verstanden steig mal mit aus hm ich steig doch rein das ist deutlich bequemer ich lauf nebenher da 1 also 2 wenns geht in Schrittgeschwindigkeit also mit 15 kmh seit neustem die Schrittgeschwindigkeit vorrücken hell mehr abstand wenn der rpg den vorderen hambi trifft dann sind wir gleich mit drauf die direkte zwischen der fahrer kann so ein teilgedeckt absetzen und die die flanken sichern lassen was ist denn die flanken muss sicherlich verlasse mich da komplett auf die künfte die dass die da nicht mit haben die können nur die straßen und landen sichern wenn ich nicht von der gasse mit einer pelke kommen da fährt er 2 die haben die auch noch oder nur die ruhe 1 also 2 wenn ihr steht bzw. 2 leute ab und abgesessen die straßen noch sichern damit die haben wir es noch vorher sichern die abgesessen die gassen kommen hier 1 verstanden 2 4 5 5 6 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 Soll er bitte seinen Helm das nächste Mal fester zuschnüren? Der Herr ist ihm abgerutscht und hat den Abzug gebraucht. Okay, schon verstanden, dann soll er bitte zurück in die Basis und sich einen neuen Kaufen. Okay, ich spring dich rüber. Oh man, jetzt bricht sie die Hölle los. Ich seh da drüben. Ich trage den Verbundeten rein. Pass auf den Hecken oder auf Jungen. Bist du Sunny? Ja, ich bin selber Sunny. Ist er am Leben? Ist er wach? Ja, er ist ansprechbar. Er kann nur nicht laufen. Könnte was an der Hüfte oder an den Beinen sein. Guten Flug, Kelle. Alles Gute. Gut. Mav, wo sollten wir wieder zu euch aufschließen? Soll ich nach Westen zu euch hinfahren? Soll ich in die Basis hinfahren, zu uns, ja. Auswerten. Auf. Nein, vor Ort, nein, nein, mit Miko. Auf. Alter, Tölk. Auf. Wenn meine Hüfte muss ich zumindest wieder aufschließen können. Auf. Packen wir das? Packen wir das heutzutage auch noch? Packen wir das? Kann man das? Diese Hüften, wo ist's? Hochbevinds vor. Wo ist's? Wo hat sie hier, ich bin. Danke. Wir haben drei Rounds.